Ey, Roat ruft an, Zentrale ruft an, Chat. Hallo Zentrale, Friends and Family. Ich weiß, ich weiß, ich warte schon. Ja, ich hör dich, ich warte schon gespannt. Ja, du musst unbedingt zu den Typen hin. Roat, ich hab ein Video gefunden. Der Mann gibt ein zweistündiges Interview ohne Facecam, aber man sieht seine Stimme und er redet über Aliens. Ich schwöre, wir haben den Typen gefunden. Der Typ ist der Wichtigste, merkt ihr das? Kenneth Longley. Ja, er heißt Kenneth Longley. Du musst, du musst Knossi, ja, ich kann dir das Video schicken. Du musst Knossi fragen, wo dieser Typ wohnt. Er muss dir das genau beschreiben. Geh zu diesem Typen, versuch ihn auch zu finden. Und dann sag Knossi, ja, sag Knossi ist mein Grandpa. Irgendwas. Grandpa, sag einfach, er ist dein Opa oder so, Junge, irgendwas. Ja, ganz plötzlich, unsere Verbindung, ganz plötzlich. Chat, auf einmal, ich hab keinen Empfang mehr mit ihm. Ey, ich schick dir jetzt einen Link, guck mal. Und dann weißt du, wie wichtig der Typ ist. Ich schicke dir jetzt, ja, Kenneth Longley. Agent 0051. Sag einfach, Friends and Family, I'm from the Friends and Family. Heide, Bruder, jetzt. Mach ich, heide.